Ja, Shalom und Gottes Segen an alle Glaubensgeschwister im Herrn Jesus Christus. Willkommen zum achten Bibelpodcast, in dem es heute um die Bundestagswahl 2021 geht und um die Frage, wen ich persönlich als Christ wählen werde. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, dass wir Christen als Geläubige nicht uns beteiligen müssen bei einer demokratischen Wahl. Das heißt, wer sagt, ich möchte nicht wählen, ich traue da eh niemanden mehr über den Weg, der muss nicht wählen. Ich persönlich habe mich aber entschieden, wählen zu gehen, auch und vor allem unter anderem aus dem Grund, um eine gottlose, kommunistische, grün-sozialistische, atheistische Regierung zu verhindern, nämlich Rot-Rot-Grün, zum einen die SPD, die Sozialisten, dann die Linkspartei, die Kommunisten und dann die Grünen, die ich eher als mittlerweile Sekte und nicht als Partei bezeichnen würde. Und alle diese Parteien sind jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, die größten Freunde Israels zu sein. Und wer mich und meine Videos kennt, oder sagen wir, wer die Bibel kennt, der weiß, dass wir Christen auch ein Herz für Israel, auch für das Haus Judah haben sollen. Denn in der Bibel ist es so, dass wir Christen zum Haus Israel gehören, nicht zu irgendeiner Religion oder Konfession. Wir gehören zum Haus Israel, zu den zehn Stämmen. Und das Haus Judah, bestehend aus zwei Stämmen, die Juden, die sind im Nahen Osten, die sind wieder zurückgekehrt nach wundersamen Erfüllungen biblischer Prophetie und sie sind gekommen, um zu bleiben. Das sind auch keine Kasarren, das ist alles Käse, was da einige von sich geben. Und deswegen, ich habe letztens ein Interview gehört mit Armin Laschet von der CDU und da war ich doch schwer beeindruckt über seine Haltung über und zu Israel. Und deswegen schauen wir uns da mal einen Artikel an. Ich werde ihn mal vorlesen vom 12. Mai. Da heißt es, Laschet verurteilt Raketenterror gegen Israel. Ministerpräsident Armin Laschet hat am Mittwoch klare Worte zum Terror gegen Israel durch hunderte Raketen aus dem Gazastreifen verloren, während andere Politiker sich da noch schwer tun. In der Tat, also das, was ich da mitbekommen habe, anstatt sich auf die Seite Israel zu stellen, stellt man sich fast schon auf die Seite der Terroristen von Hamas und setzt die Armee Israels mit den Terroristen gleich. Eine Schande. CDU-Chef Armin Laschet verurteilte am Mittwochabend die terroristischen Raketenangriffe der Hamas und sicherte Israel volle Solidarität zu. Die Faktenlage, sagte er, ist relativ eindeutig. Es ist ein von der Hamas angestrengter Angriff auf Israel. Wir erkennen die Hamas als Terrororganisation, als Hauptschuldigen, so Laschet. Israel habe mit den Luftangriffen auf militärische Stellungen der Hamas sein Selbstverteidigungsrecht genutzt. Laschet betont, dass es zur deutschen Staatsresorge höre, auch unter ihm, Israel zu helfen und jeglichen Antisemitismus zu bekämpfen. Und das ist für mich als Christ auf jeden Fall ein guter Grund, dazu noch nicht die Kommunisten, Atheisten, Grünen und Sozialisten da zu wählen. Bei der CDU kann man zumindest der Partei vorwerfen, wenn sie irgendwas Antichristliches tun, dass sie das C in der Partei haben. Das kann man immer darauf geben. Aber bei Kommunisten, da können wir ja nicht dieses Kommunistensymbol da vorhalten. Deswegen sollten wir auf jeden Fall, wenn man wählt als Christ, sozusagen mehr oder weniger das kleinere Übel wählen. Und wer Atheisten wählt als Christ, der weiß ich nicht, was der von der Bibel gelesen hat. Wahrscheinlich eher Karl Marx oder sonst irgendwie was. Deswegen tatsächlich werde ich die CDU wählen. Ich habe vor vier Jahren die AfD gewählt, hauptsächlich auch als Protest gegen Merkel, die Flüchtlingspolitik, weil ich ein konservativer Christ bin und nicht ein kommunistisch-sozialistischer, atheistischer Christ. Und wir lesen außerdem auch über die Meinung über Israel. Das könnte auch Deutschland gut tun, denn im vierten Buch Mose 24, Abvers 5 heißt es, Warum sieht es denn da unten im Nahen Osten bei den Muslimen irgendwie so schlecht aus, dass sie da in der Wüste nicht so viel gebacken bekommen, wie die Asiaten, wie die Europäer, wie die Amerikaner, die Australier? Na, wer Israel so verflucht, ja, der wird verflucht. Ja, Amerika, die größte Weltmacht, hat Israel seit Anbeginn 1948 gesegnet. Ja, wieso ist denn die USA die größte Weltmacht geworden? Das war die USA 1948 gar nicht. Aber dann, gut, ist auch ein anderes Thema, aber wir lesen außerdem im Neuen Testament folgendes. Folgendes, Apostel Paulus schreibt in Römer 13, Vers 1, Da wird ja einer jetzt sagen, was? Dann hat also Gott Frau Merkel eingesetzt. Nun, letztendlich haben die Deutschen Angela Merkel gewählt, zum größten Teil natürlich, Aber in der Tat, laut Bibel, bekommt jeder, was er verdient, nicht nur im Gericht Gottes am Ende, sondern bereits in diesem Leben, früher oder später, aber wie gesagt, dann spätestens, wenn Gott Gericht halten wird, der Herr Jesus Christus. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann, dann, wieso, dann wäre es ja so, dass die Regierung, die damals Jesus verurteilt hat, zum Tode am Kreuz, durch Pilatus letztendlich, ausgeliefert durch den, durch die Juden, durch die Pharisäer, dass die Regierung ja dann auch von Gott wäre. Ja, und genau so ist es, das bestätigt ja auch der Herr selbst. In Johannes 19, Vers 11, da heißt es, Jesus sagt zu Pilatus, Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und so weiter, die den König der Juden nicht als ihren Messias haben wollten, weil die Wahrheit können eben nicht viele Menschen vertragen. So war das damals, vor 2000 Jahren, so ist es heute, so wird es auch in Zukunft noch sein. Und das heißt auf jeden Fall, dass auch die Regierung, die damals angesetzt wurde und auch die, die Jesus dann wurde, hat zum Kreuz von Gott eingesetzt wurde. Und wir sollen auch für die Regierung beten. Das fällt dem einen oder anderen wahrscheinlich manchmal etwas schwer, bei manchen Entscheidungen und Politikern, die wir haben. Aber nochmal zum Schluss möchte ich, wie gesagt, erwähnen, als letztes würde ich die Linkspartei wählen, ganz unten. Zweitletztes die Grünen, drittletztes die SPD, dann die, sagen wir mal die FDP, dann würde ich die AfD und dann die CDU. Ich würde wahrscheinlich die CSU eher wählen, wenn sie ein bisschen mehr in Deutschland verbreitet wäre. Das wäre so irgendwie zwischen CDU und AfD. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht als Ausgleich, vielleicht für auch für spätere Koalitionen. Aber das Problem ist, wenn die CSU in ganz Deutschland aktiv wird, dann wird die CDU in Bayern aktiv und das will man auch nicht. Also ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht im deutschen Parteiland. Aber auf jeden Fall, so oder so, wenn ihr wählen solltet, würde ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen, tatsächlich die CDU zu wählen. Denn wenn man die AfD wählt, dann ist die AfD mit 9 Prozent, im Bundestag mit 10 oder 11. Und was bringt es für einen Unterschied? Keiner will damit den E-Koalieren. Das heißt, es ist egal, ob die 8 oder 12 Prozent haben im Endeffekt. Aber nur die CDU kann verhindern, dass wir eine Koalition aus Kommunisten, Sozialisten und aus der grünen Sekte von Greta Thunberg und Baerbock haben. Und Baerbock-Kanzlerin. Also wer das nicht versucht zu verhindern, der ist am Ende selbst schuld, wenn wir hier eine grüne Kanzlerin haben. Deswegen mein Tipp für alle Christen und auch für alle Nicht-Christen. Wenn ihr nicht wollt, dass Deutschland zu einem atheistischen, gottlosen, kommunistischen, sozialistischen, grünen Gesocks von Land wird und antisemitisch, antichristlich dazu, gottlos, dann verhindert das, verhindert Baerbock. Und wählt Armin Naschet, wählt die CDU. Und auch wenn ihr nicht mit einem Einverstand seid, ich kann es verstehen, aber es ist das kleinere Übel und das bessere für Deutschland. In diesem Sinne, ihr könnt, wen ihr wollt natürlich, die wichtigste Wahl von allen Wahlen ist natürlich die Wahl für Jesus Christus. Denn nur er kann uns letztendlich ins Reich Gottes führen. Denn wir wissen, Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Und dann gibt es auch kein Deutschland mehr, weil die ganze Erde dann vernichtet ist, wenn es dann soweit sein wird, nachdem Jesus tausend Jahre hier dann im Millennium regiert. Deswegen deutscher Patriotismus, schön und gut, nichts dagegen. Aber als Christen streben wir nicht nach irdischen Patrioten, sondern nach dem himmlischen Patriotismus. Und wir sind geistliche Kinder des Volkes Israels, auch nicht in Blutlinie nach, aber geistlich. Und darauf kommt es an, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war, ist und bleibt in alle Ewigkeit der Sohn Gottes und Messias Israels, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.